Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Seit über drei Jahrzehnten überzeugt Habeler und Bauer mit imponierender Gebäudetechnik, rascher Auftragserledigung und unglaublicher Leistungsvielfalt. Zum breit gefächerten Aufgabenspektrum gehören unter anderem die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie die Planung und Montage von Sanitäranlagen aller Art. Badezimmer sind heutzutage nicht nur Räume mit Dusche, Wanne und Co., sondern vielmehr private Entspannungs- und Wellness-Oasen. Diplomingenieur Alexander Bauer und seine bestens ausgebildete Truppe erfüllen ihnen auf einmalige Weise ihren ganz persönlichen Bäder-Traum. Neben zahlreichen Privatkunden schwören zudem viele Betriebe, Genossenschaften und öffentliche Einrichtungen auf das ausgereifte Know-how und den Einfallsreichtum des Spitzenunternehmens. Gebäudetechnik Habeler und Bauer in Mattersburg – auch bei alternativen Energien und Wärmepumpen Ihr zuverlässiger Partner mit Herz und Verstand.